Wir hatten dann in das Zimmer, da war aber im hinteren Bereich, hatten wir die Plattenspieler, wo die Platten seitlich reingeschoben werden, ganz alten früher, hat die Schwester in das Zimmer, dann war das Zimmer abgeschlossen, wir gucken durch das Zimmerschloss, Licht ging an und dann flogen auch, wenn zusammen die Platten fliegen in den Schallspieler, in den Spielereien, auch so ein Schallspieler, also Schallplattenspieler, richtig, man kommt so gerade durcheinander, der Plattenspieler, der geht schneller. Manni, da kommt noch ein Einfluss rüber auf dich hier. Das ist ja so, der kommt sogar auf mich rüber, normal verspreche ich mir nicht. Die Schallplatten sind nach dem Plattenspieler hingeflogen und dann in den Schlitz reingeflogen und dann hat die Musik gespielt. Dann nach einer gewissen Zeit sind die Platten wieder rausgeflogen und neu rein, ob einer wieder neu reinsteckt und aus den Höhlen rausgekommen, sowas habe ich noch nie gesehen, will ich auch nicht nochmal sehen, habe ich keine Lust mehr zu. Da hast du nur pure Angst gehabt und sonst... Ja, ich aber nicht so. Ich habe schon Spaß gemacht. Du hast aber auch gesagt, wenn du in der Nacht geschlafen hast und kam so ein bisschen, wenn du das Klaue in den Schüttelfrost hast bekommen, auf so einem Tage war das nicht schlimm.